Andy hat ein kleines Problem. Ein sehr kleines Problem. Ja, die hat mal eine gesagt, dass man zu klein ist. Der Andy hat einen ganz kleinen Schniebel. Ja, da warst du sieben. Ja, genau. Ja, aber dass er in der Zwischenzeit gewachsen ist, hast du schon bemerkt. Er ist doch gewachsen. Aber zum Glück... Zieh dir mal Bobby. Er legt sie reihenweise flach. ...kommt es ja nicht auf die Größe an. Hi, Andy. Hi. Ich such Bobby. Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Andy, du könntest ihr doch mal dein Dings zeigen. Na, dein... Ein was? Na, sag schon dein Dings, dein... Finis. Andy? Klingst du mir den Rücken ein? Dates. Meinst du nicht, dass du vielleicht ein bisschen was überstürzt? Ach. Wo ist er runter? Drogen. Döner Daikiri. Dramen. Was ist denn das für eine Sauerei? Ein Tierfilm. Um was für Tiere geht's denn da? Arbeit für Mama. Das ist der Hals von einem Pferd. Pferdfrau. Hier kommt die geilste Komödie des Jahres. Ups. Du bist nicht so wie sie, du bist perfekt. Weißt du nicht, dass es mit Katja ziemlich schnell geht auf einmal? Aus mich zeig. Oh, oh. All deine Ecken. Deine Krankheit. Ah! Andy! Baby flieg, baby flieg. Kann flieg, will dir sein weg. Von ganz hoch ist die Welt nur noch ein Fleck. Und ich will nie wieder lang. Oh, oh, oh. Hast du dich rasiert? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt sich. Du bist nicht so wie sie. Doktorspiele. Ab 28. August nur im Kino. Wer ficken will, muss freundlich sein.